Ja, liebe Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück in meinem touristik park und ich habe euch ja gerade gezeigt ja was ich so in den letzten minuten gemacht habe oder auch stunden und ich habe das nur auf minuten zusammen geschnibbelt ich habe halt fossilien gefunden dann auf der anderen insel verkauft habe ich wieder hier gefunden damit auf der anderen ins verkauf naja und so weiter so und jetzt kann ich euch mal zeigen und zwar die insel hier also wir haben viele viele neue sachen bekommen und zwar hier ganz viele neue gelbe orte parasaurolophus gibt es hier brachiosauros aber das ist auch gut dein nonikus diplodocus ja super die großen das ist gut brachiosauros und diplodocus alter so mache ich da mal und wir haben nicht in torsaus alle gute das hier mal an torsaurol tritt seratops korytosaurus edmontosaurus 1 kilo sauer und der tyrannosaurus rex wir können uns an den t-rex machen hier wie geil ist das denn ich freue mich so sehr da auch nochmal das wird super leute kriegen vielleicht heute von den t-rex aber wenn ich vielleicht nicht ich weiß es nicht genau lasst dich überraschen gut dann lasst dich da mal arbeiten um den t-rex zu bekommen kann auch die folge immer wieder ein bisschen länger machen gut dann mal gucken wie lange ich die folge mache ich weiß das jetzt nicht genau ich lasse mich einfach überraschen vielleicht ein t-rex da mal etwas hoch also was halt etwas so gut wie möglich hoch bekommen ja ja nur noch zwei von denen wir müssen ja mal auffüllen leute ja firma hier den kann auch noch mit auffüllen so der die geld brauchen aber ein bisschen verändert das wollte ich einfach mal versuchen und er ist nicht so weiß wie die anderen der ist so gelblich die anderen wieder hier so rumlaufen mal gucken wo haben wir ein also hier genau hier normalerweise oder so sind die normalen weiß ja und dann habe ich ja veränderungen vorgenommen und der ist jetzt dann so in dieser farbe und streifen irgendwie toll dass man das machen kann so ich würde den heli wieder was hat er denn diesmal mitgebracht ja brach hier und sagt um egal wir haben die großen die lang hälte hier unten die blut so groß ist das herrlich so 3 23 23 25 brauchen wir auch toll kriegen wir auch noch mal eine belohnung und andere sachen die ich dann wieder da verkaufen kann verkaufe ich dann wieder auf der anderen insel genau so machen wir es wieder das war auch mal so ein ding hierher auf die andere ist damit er hier dann wieder auf die anderen und wieder hier und dann wieder auf die anderen genau und ja ging es gut wie alt bist du denn im moment alter 12 ok der alte ist so da haben wir vier drei noch ein bisschen ich guck hier mal gut die volle station aber gerade auch gefüllt fünf auch schön und bilden und wenn so 100.000 und STEN im moment später 50.000 genau da wird ja auch 100.000 ich denke wir beginnen einander zu verstehen gibt es ja noch für aufträge was hast du denn alter mann geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach aber immer notwendig nein sie sich diesen auftrag an nee keine zweikampf die alter was machst du dafür sagen das will ich nicht lass mal wir haben ja jetzt so viel geld alter 262 millionen wir könnten hier mal die bahn durchbauen und bei der anderen insel klar wird auch noch mal eine bahn gebaut aber so wie ich alles hier geändert haben muss ich muss mal gucken solche aufträge gibt es nicht jeden tag schauen sie ihn sich mal an ja gott trage mit stärke des herzens haben wir das überhaupt oh das auch jetzt fertig genau wie geil ist das denn hier ist der drakorex eine stärke des herzens lass mal gucken wüstenmuster alpenmuster nein starke heilung starke heilung starke heilung aber keine stärke des herzens ach ja genau ich wollte ja bei forschung der noch hier gebäude genau die bowlingbahn ist neu die machen wir mal hier unten was haben wir hier was ist das also ausbrütungstempo 3,0 ja klar 3,0 dann geht das noch schneller wir haben ein neues team haha geil klar es kommt gleich wenn das andere fertig ist was haben wir hier auch vorfolgungsteam na super ok das ist toll das ist toll das ist toll medizin was haben wir jetzt hier oh mykotoxine aha gut kohlenbakterien und wir haben vogelgrippe virus ah ja gut ja mal hin da auch wieder drei neue sachen wir bauen uns ach da ist er wieder stimmt ja dann diesmal weiter wohin da sind noch drei sachen äh typodocus brachiosaurus genau so diesmal wieder weg ihr lieben so und wenn ich irgendwann später noch mal hier was ich sag mal neu mache dann klar muss ich mal gucken wie ich das mache dass man mir dinosaurier hier rumlaufen lassen können und so weiter okay ich bin so müde aber wir haben das erst abends 21 46 luke 10 naja so die wollte ich später mal wieder vor rück hier wie geht es ja mein kleiner den geht es gut das ist gut so so und hier läuft immer wieder mal die ziege rum oh wer ist denn da jetzt futz wer ist denn da abgegangen ein kleiner vogel ja holen wir das produkt ab so polibaren haben wir abgeschlossen na super wo kann man die die noch hin machen ich weiß es nicht eine bowling band lustig eine wohl in palmer spaß ach noch ein sauer moment hier habe ich doch gerade angeguckt nehm ich mal an wie was kostet denn die ach da oben bin ich so bowlingbahn wo bist du da bist du neu bowlingbahn karaoke maschinen aha billiardtüsse und ein kaffee bieten gäste zufriedenheit die preise und personal können gegebenheiten im fall angepasst werden ja ja ok kostet 160.000 äh oder 150.000 besser so wie siehst du denn aus einmal drehen passt jetzt da nicht hin unbedingt wo könnte man das denn hin klopfen alle mal wo könnte man das denn hinklopfen ähm schade da ist der zorn im wege ähm schade da ist der zorn im wege ähm dann diese eine berg im wege ähm ähm und hier ist ja die eben halt also da ist das nicht so gerade äääh 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 hier hm da hätte man Platz aber glaub ich mal So war das einmal der Weg im Wege, hahaha, und ja, der Mast ist im Wege. Aber hier könnte man doch noch was machen, oder nicht? Oder geht das nicht, ist der Zaun da im Wege, und hier oben, hm, entweder ist was im Wege, oder die Begrenzung ist da, aber hier könnte man doch was machen, hier ist auch Platz. Ah, naja außerhalb will ich nicht, das ist doof. Ne, hier ist auch ein bisschen, bisschen kacke. Hm, ne, ich pass auch mit dem Weg nicht so hin. Bowlingbahn, vielleicht hier, aber hier kommen nicht so viele Leute vorbei. Hm, der muss erstmal warten, hm, naja wohl dann. Ich wage erstmal hier hin zu machen. Ähm, der Weg. So, Ausblutungstermbo haben wir abgeflossen. Ich möchte erstmal gucken wie die Bowlingbahn aussieht. Liebe Besucher, herzlich willkommen. Schauen Sie sich unsere neue Bowlingbahn an. Wie können Sie richtig den Bowling, äh, 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 wieso amüsieren Sie sich nicht mit Ihren Freunden ein wenig auf der Bowlingbahn? Ja, warum denn nicht? So ist ja, da ist auch ja, alles ja. Ähm, 3 Kegel, 6 Kegel, 10 Kegel. Aha. Da haben wir auch schon mal Geld. Ich geh mal eine oder zwei höher. So erstmal. Und hier haben wir keine Essen, Getränke, Spaß. So, Spaß. Haha. Lalalala, lalalala, lalalala. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. Okay, ja, ich würde mal lieber auf der anderen Insel kaufen und nicht hier. 150.000. Das, äh, ja, aber ne. Ich verkaufe die auf der anderen Insel. So, wo ist denn jetzt wieder einer? Mann, 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 Mann. Da. Ja. Ein Edmontosaurus. Der wurde, der wohl, alter 99. Okay. Produkt muss eingesammelt werden. Ja. So, was ist jetzt mit dir? Okay. Der, äh, ist auch noch in Ordnung. Der ist jetzt 44. Gut. So, platt, wie so platt. Ah, hier, ein kleinen FP-Vogel. Ja, so. Ähm. Keine Ahnung. Da ist noch was. Nehmen wir das erstmal mit. So. Der ist auch 40. Den komm ich auch nochmal. So, genau. Wir können ja jetzt nochmal auf Vorfunk gehen. So. Ähm. Bei Gebäude. So. Wir machen erstmal. Expedition hier. So. Und dann kommt das hier. Ups. So. Das ist gut. Dann haben wir da ein Team mehr und da ein Team mehr. Alter, nach langer Zeit. Haha. Zum ersten Mal ein neues Team. Oder. Zwei neue Team. Team. Haha. So. Was macht denn jetzt in der Zeit meine Bowlingbahn? Gab es doch schon die der Bowlen. Äh. Ja. Einnahmen. 584. Gäste. 73. Lalalala. Okay. Ja. Diplocos. Okay. Ist lebensfähig. Ach herrje. Und nochmal. Vorfunk abgeschlossen. Yeah. Du. 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 Yeah. Okay. Haben wir sonst noch was? Lass mal gucken. Nö. Wir können ja die Unterhaltskosten etwas reduzieren. Ja. So, wow, können wir gleich drei Sachen vor einem Mal machen. Das kann sich doch sehen lassen. Und wir haben wieder was Neues, ah, wir haben hier erst drei Sachen, das heißt wir müssen jetzt was verkaufen, ok, dann ab auf die andere Insel. Auf nach Takano, lalala, 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 ich drück mal ein bisschen was hier, mein AST die Drohne. So. So. Lalala, lalala. So. Ich überspringe mal hier die Kamerafahrt. So. Einmal rein hier. Und dann verkaufen, 40.000, 120.000, 160.000, 100.000, 40.000, nochmal 40.000. Hey, wie ich höre, war die Expedition ein Erfolg, sehr gut. Ok, den müssen wir wieder auf die andere Insel machen, 40.000 und 100.000, yeah baby. Hier haben wir jetzt 8 Millionen, das ist super. Wir haben hier erstmal ein paar Geschäfte, wir haben hier ein Sohnbohr. Was ist mit dir? Edmund Tosarus. Normalerweise braucht er noch einen, ne? Den Christo hat einen Freund noch dazu. Edmund, 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 wo ist der Edmund? Der unten ist der Edmund. So. Kriegt der noch einen Freund? Und der andere kriegt auch nochmal einen Freund. So. Dann sind die nicht so alleine. Lalalala. Ähm. Hm. Wir haben hier Fastfood, Kleiderladen, Spielwarenladen, Souvenirladen. Ähm. Ja. Die Insel. Lass mich mal gucken, ich nehme mal irgendwas hier. Den Insariacern freigelassen werden. Jo, machen wir gleich. Nur mal, damit ich hier die Linie sehen kann. Blup. Sie haben den Auftrag erfüllt und die ganze Anlage spricht über uns. Darauf können wir stolz sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es um Prototypen geht. Richtig? Ja, richtig. So, das geht hier, 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 hier. Okay. Das ist heiß. Und hier ist ein riesen Gehege könnten wir machen. Hier kommt ein riesen Gehege hin für die Großen. Ähm. Plus Bahn. Ähm. Ähm. Plus Bahn. Ähm. 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 Warte mal. Ähm. 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 Ach. Mit den Dingern warte ich einfach nochmal. So. Ähm. Ähm. Ich hab jetzt hier immer noch keine Tür. Kein Tor. Ne. Muss ich auch noch machen. Ja. So. Raus mit denen. Raus mit denen. Warte mal. Ich muss. Ähm. 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 Krankheiten. Ah. Diese geht von los. Ich würde erst mal sagen. Hier. So. Jetzt muss ich natürlich. Hier ist ein Kraftwerk. Okay. Ähm. Das Aspekt des Expeditionszentrum wir haben. So. Moment. Die Rehensaftation. Die kommt dann hier neben. Hoppala. Ich würde nur sagen. So. Ich würde nur sagen. Und dann kommt noch das. Und dann kommt noch das. ACU. Okay. So. Dann wollen wir hier erstmal die zwei neuen Gebäude hin. Und dann kommen. ordnung bringen ja so wir haben nachladetempo ein nachladetempo 2 f x 2 und sonst teamplanung so nachladetempo 2 treffsicherheit im moment bei 1 noch kann das sein zack die hier kriegen mal die roten wagen drei worte auftrag sie ja so aber gleich 23 teams dahin so genau aber die roten autos hier das ist gut auf der eine ist aber die andere farbe hallo du sollst doch die normatis machen also ist er ja gerade erst ja 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 beruhig dich mal ein alter so diese alles wieder gut so alles wieder gut der fühlt sich wohl gras land ist da voll mit weit ist voll das kann ach komm ey nicht doch kann ich ihn verrückt und hier bin ich sowieso immer zufrieden ja ja bla 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 so bei denen das ist auch okay alles klar finden sie eine exhibition im kleinsten damit da irgendwas fotografieren sie an den dinosaurier der läuft läuft das ist ja einfach so ja da läuft einer so 8.000 x 100 auch das bücher ich sage ihnen etwas dass ich selbst etliche male gemacht habe guck mal der ist blau ich weiß nicht wie sie es gemacht haben und die sind rot man kann sogar viele farben so machen und nicht dass dann alle drei rot das ist auch geil naja gut so ich bin darüber auf die andere insel um hier naja gut hier haben wir dann das hier verbesserte leistung machen wir einfach mal kommen ja so dann ist dass wir alles erstmal weg und hier haben wir acht uhr heilige maria was ist denn hier los tiger neues muster wieder was haben wir denn noch hier alles gute verdauung härte der zähne zähigkeit der haut dann haben wir stärke des herzens drei wau nehmen wir das so dann gibt es noch gehen dinkums denn intuitives lernen ok aggressiv sollen die nicht werden ok das auch das ist auch gut so ja dann so ich gehe jetzt erstmal trotzdem auf die andere insel um dort wieder fossilien zusammen gut hier haben wir grün das am dichtesten nächste freischaltung großes umspannwerk aha hier geht es um vorfunkkosten und da geht das atu auf treffsicherheit alles klar und sonst haben wir noch dinosaurier ist noch da die auch noch einer gut blau und bei sicherheit also unterhaltung und sicherheit es gibt zwei neue dinos aber wir machen erstmal hier einen kleinen rückzug wieder auf die insel matankeros und dann würde ich sagen wir jetzt mal hier in der folgen pause und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder leute und dann besorgen wir nur mal die na via symbol das war geil so stand zum nächstenmal bye bye so hab ich mal